Oh, ich hole mal in der Mitte, okay. Wie hab ich das? Gibt's? 5 bis 6? Ja. 65? 9, hier sind wieder 90. Das schwankt ganz schön. 49? 49? 42? 56? 55? 49? Was? Alter. Äh, wir müssen eine Ballettliebrauch und müssen auch den Schuss her holen. Jetzt hab ich 45, 50. 55. 55. 57, 55. Nicht so viel. Ja. 56 im Schnitt. Jetzt warte mal mehr. 74. 74. Ja. 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 Ja, ja, ja. Sind die nicht bei einem Tisch oder was? Das ist der Plan wird auch Sinn. Die muss einfach liegen lassen, das ist geil. Okay. Das willst du machen? Ja, ja. Jetzt hab ich 80, 98 hatte ich gerade. hier habe ich 99 das reicht eigentlich das reicht das ist eigentlich ideal das dreht sich das gut jetzt habe ich wieder 58 70 80 das schwankt ganz schön von 50 auf 90 was das soll 107 jetzt geht es los ja jetzt geht es los 90 106 ungefähr gleich also ist ok diese großen sprünge sind ja halt das kotze oben müssen aufpassen kann auch gar keine gute munition für flechette könnte ich ja aber ich krieg die quest einfach nicht von den idioten wie haben sie sich von hinten hinter der mauer rumgefrieben aber die sind ja jetzt überall auf der netz verspreut theoretische wahl sein ja da vorne sind wir welche in dem anderen wir müssen vorgucken da ist das büro da stehen ein paar computer rum und eine leiche liegt da 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 die da Da habe ich den ganzen Reet, wenn ich die suchen müsste. Hier krauscht oder was krauscht nicht? Das Krosch. Da habe ich den Krosch gemacht. Das ist tot. Du brauchst ja noch gar nicht. Ich war nur hier vorne im vorderen Raum. So. Ich habe einen neuen Krosch. Hier war. das Aber hier ist es glaube ich nicht gut, wenn wir hier rausgehen. Wir müssen hier runter. Guck mal. Betroffen. Noch einer. Jetzt sind sie weg. Hey. Ah, besser. Ich bin in der Fresse am Jartenzaun. Vielleicht ist er machbar beim Grillen. Ja, ja. Wir gehen auf dem Eisenstab. Ach, das Alter. Ach, hier waren wir schon mal. Hier waren auch welch schlecht. Die Wichser. Jetzt gehen wir uns zu schießen. Da hinten. Da hinten. Da hab ich doch gerade hingeguckt. Da war doch gerade immer. Ja, mach. Da war die Capco. Was? Ich bin im Seas gehört. Ja, das ist gut. Willst du nicht? Ja. Ich weiß, das ist ja auch kühl, Alter. Ja, das wäre wichtig, genau. Ich bin im Seas. Ja, das ist ja auch kühl. Ja, das ist ja auch kühl, Alter. die sind die arschbrechen die dort an dem laden stehen oh 42 fps gerade hier geht es ganz herunter 36 35 Nohils arrived Mach mal zu hier. Gut, das war's. Warte mal, wir können ja noch mal gucken. Hier gibt es auch nicht immer so viel zu lieben. Wir haben den Löwe, wir müssen mit. So, das geht. 52 oder schon wieder. Winterkarten. Ja, hier geht's ganz schön. Es geht. Und dann an der Tür eingebaut. Hm. 42 Mann, da war eine Stelle, da ging es ganz schön runter. Warum? Ich hause nicht. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Da wollen sie sich berufzeichnen. Tja. Oh, jetzt sind die Arschgeigen wieder hier am Start. Ach, die Arschgeigen. Sie kämpfen gegeneinander. Hm. Da müsste ein Krautsch über einer. Boah, dieser blöde Hut einfach. Hier kommt einer. Ja, ja. Hey, wo ist das Ding jetzt hier? Unten im Trott, machen wir es hier. Achso. Da ist doch elegant hochgerannt. Immer liegt doch hier unten. Er hat die Schenkel geschnitten. Ja. Schön. Witzig, gleich zum Klippen. Was? So, bei mir kommt einer. Okay. Hä? 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 Die ist immer zurückgezuckt. Die war voll drauf, alter. Witzig. Witzig. Ey, die haben ja voll den Laden eingenommen. Die Idioten. Ja, ja. Die sitzen ja auf allen Treppenstufen. Da haben wir mir einen Arm zerfetzt. Bist du mit dem Treppenhaus? Ja, ja, ich bin hier unten. Au. Ich bin tot. Was? Alter, da kommt einer von hinten. Von vorne einer an der Tür. Und einer kommt von hinten, obwohl ich da gerade war. Ey, hört doch auf. Ach, das ist doch dumm, alter. Die spawnen zwei Meter hinter dir. Alter, ich bin jetzt gerade so. So, das muss doch nicht sein. Ich kam gerade aus dem Raum. Ey, Alter. Da kommt zu nichts. Ja, das ist total dumm. Ne, ich mach auch aus jetzt. Ich habe keine Bock auf die Preise hier. Das war es für mich hier. Ey, komm. Drei Meter hinter dir. Du kommst gerade aus dem Raum raus. Alles leer. Puff. Vorne ist einer an der Tür. Willst du gucken, wo der ist? Auf einmal steht er hinter dir. Was ist denn das? Was ist so bescheuert sowas? Das muss doch nicht sein. Wie kann man denn sowas Dummes so reinmachen, ey? Wenn jemand da 50 Meter von mir entfernt spawnt ist. Da kann ich mir jetzt mal den Arm flicken. Ja, Idioten. Dann kommen die schon. Nö. Okay. Hier kommt das einer nach dem anderen. Wie im Spielzeugladen. Das ist dumm. Dass sie das nicht mal in den Griff kriegen, Alter. Mit den Spawnraten. Was soll denn das? Das kann doch nicht so schwer sein. Da fallen die aus dem Raum, wo du gerade warst. Ja. Wo keine Tür offen ist. Wo keiner reinkommen kann. Du gehst raus. Auf einmal steht da hinter dir. Ja. Was soll denn das? Wir sind doch hier nicht in den Geisterspiel, Alter. Da sollen sie von vorne kommen oder was weiß ich. Aber doch nicht in dem selben Raum spawnen. Das ist dämlich ist das einfach, Mann. Wir sind doch nicht in den Geisterspiel. Ja. Das ist einfach nur dämlich. Oh. Das ist klar, wenn du dein Popmoney guckst. Ist es leer. Zwei Minuten später sind 50 Euro drin. Das wäre geil. Ja, das wäre schon geil. Aber das ist genau so dumm. Es geht halt nicht. Die kann denn ja dann auf einmal hinter dir stehen. Ne, das ist bescheuert sowas. Ehrlich. Ich habe zwei Wärme. Da vergeht mir auch die Lust auf Tarkov hier bei sowas. Das ist dumm. Ja. Die kriegen es einfach nicht gebacken. Diese feiße Map sich stellen, Mensch. Ist doch schon wieder einer. Da hat doch schon wieder einer eine Tür geöffnet. Ja. Die Straße war leer. Du bist drinnen, weil du Probleme hast. Auf einmal kommt 20 hintereinander. Was ist denn? Steht das nicht? Warum das so ist? Ist mir einfach dämlich. Das sind ja auch noch dumme BMCs. Da darfst du das kriegen. So ein Mannautomaten. Irgendwie. Keine Ziele. Trauen sie sich raus. Logen sie rein. Eben war eine Gau. Ist klar. Oh, jetzt kann ich ihn hier alleine durchschlagen. Ich bedanke dich mal von ihm. Dummes Käffer, alter. Ich kann nicht rücken gehen. Es ist nicht fein, alter. Schlimm Leahy. Ich kein Geheimnis. Der Herr ist fadig. Der Herr ist fadig. Was ist mir j ужеesen? Er ist schon da. Oh, ich kann dringend sein. Der Herr ist weg. Der Herr ist weg. Der Herr steht gegen den Siesel. Ich bin ein Wettbewerb. die maske weg das hat mehr ausgehalten als der bmc du bist der der dumme ist meinster ja nicht andersrum da sind sie schnell jaja das können sie die auslöscher das geht Wind schief kam er um der Ecke. Ich habe nicht gegeben, sie erschossen. Klar, den haben sie aber schon wieder auseinandergefickt. Du hast eine goldene Marke, Alter. Ja. Warum das? Weiß ich nicht. Er saß doch mit dem Sieg rum vorhin. Jetzt sehe ich ihn los, Kefs. Boah, ich muss klippen und er muss hier raus, aber das hältst du ja nicht aus. Das hältst du nicht aus. Die Munition ist knapp schon wieder. Je länger du sitzt, desto schlimmer wird es. Und das ist halt dumm, das muss doch irgendwann mal öffnen. Also, ich finde dann geh Ende. Die lachen da noch, wenn wir uns hier abmühen. Die Arschlüsse, Alter. Die lachen da noch. Ja, da freuen die Russen sich. So, jetzt klippe ich voll und dann mache ich mich aus dem Staub. Erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Jetzt geht ja schon wieder eine Tür auf. Ja, da unten. Ich weiß nicht, da unten. Draußen kommen wohl schon aber nur drei Mann. Ja zumindest muss ich nicht mehr... Du musst dich nicht mehr quälen. Nicht mehr an das Ding hier hin. Achso. Ich muss bloß noch raus. Dann hab ich die Scheiße auch weg. So jetzt hab ich aber einen PMC erschossen. Das weiß ich, verdient anders kann auch. Mhm. Und wo muss ich hin? Ja draußen sind wir auch schon in der Courtyard, Crash Site, Damaged House. Mhm. 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 Ja draußen sind wir, sonst muss ich hinzugehen. Ja, ich lesee. Ja, ich lesee. Ja, ich lesee. Ja, ich lesee. Wenn ich die Verlektion. Ja, ich kenne. Ja, ich lesee. Ja. attempting aber nicht. Das war's. Jetzt habe ich schon zur Schrotkühne gewechselt. Ich brauche noch die 7 Schuss, die ich irgendwo drin gelassen habe. Ach, Mann! Psst, der Trottel! So, das reicht schon mal weg. So, das ist ein Schuss. So, das ist schon mal eine never ending story. Ja, Junge. Mh, klugisch, klugisch. Betreuert ist das hier. Alle Gegenden, du hast gar nichts gemacht. Mh, 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 du hast gar nichts gemacht. Man ist eigentlich unschuldig. Mh. Mh, du hast gar nichts gemacht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe auch nicht, dass die hier den PTR abbiegen können, dass er dich dann abschießt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.